Ich probiere es mal mit Indian Ruby. Ich probiere es mal mit Indian Ruby. Und jetzt reichlich Stampfis. Toll, das war das. Zwei Stück. Und jetzt reichlich Stampfis. Und jetzt reichlich Stampfis. Und jetzt reichlich Stampfis. Ganz großes Kino. Und jetzt reichlich Stampfis. 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 Sehr gut. Musik Tja, ah schade. Oh, da hat jemand bei Megaspace den Kran mit 1000 Euro, bei plus 10 Cent. Ja, so kann es auch gehen. Und ich krieg hier gar nichts. Dann mach jetzt hier auch einmal den Kran-Checkpunkt, Juwel wäre das hier. Ja. Ja, bei Megaspace 100 AGs, 1000 Euro, so kann es gehen. Tja, ich krieg hier mal 15 Euro wenigstens. Komm, jetzt machen wir da oben noch zwei Reihen, machen wir eine Fünferreihe da oben. 30 Euro immerhin. Er ist rumbled im Karton. Das dürfte auch was sein. Monster Win. Wie viel war es? 88 Euro. Oh mein. Und Freispiele. Und es rumbled im Karton. Und Freispiele. Ich nehme mal die fünf. Machen wir mal das Wohlerziele. Immerhin schon 60 Cent. Immerhin schon 60 Cent. Dann fülle ich die Karten weg. Ich muss mich kurz machen, bleiben. Ich muss mich kurz machen, bleiben. Vielen Dank.